Alter, ich flipp aus! Martin und Fritz, kommt euch das bekannt vor? Mega! Servus! Ich glaube ich bin mal irgendwie ein halbes Jahr rum geplant. Und jetzt plötzlich stehen wir da vor dem Wasserfall in Paul-Domar. Der ganze Scheißdinkturm immer hochlaufen. Wir sind in der Kuppel und sind irgendwie auf 1200 Höhenmeter. Aber ich glaube ich schaffe die ersten 50 schon nicht. Das ist nämlich mega steil. Pia ist gerade am rumfuchteln und am Mampfen. Das Peterli wird jetzt gerade irgendwann krummeln zum Pipi machen. Da stehen unsere drei Rucksäcke. Ja, also ich weiß nicht was ich sagen soll. Ich bin nicht so Influencertif. Aber ja, kein Plan. Auf jeden Fall, das ist halt jetzt die Tour, wo der Fritz Meinge mit dem Survival-Martin gelaufen ist. Und es war halt ewig geil. Ich bin eh so Madeira-Fan. Schon über 10 Jahre immer wieder, jedes Jahr auf der Insel. Bis auf Corona halt, das ist ganz alarmer. Auf jeden Fall habe ich mega Bock jetzt so hochzulatschen. Aber ich habe so einen Scheiß Respekt davor. Ich habe echt Schiss. Also das Ding ist schon, ich habe keine Ultraleicht-Ösrüstung wie der Fritz hat 1000 Euro. Und ich habe auch keinen Kameramann. Also wir sind's dritt. Wir machen alles selber. Das Ding ist auch noch 5 Kilo. Jetzt geben wir mal was Rucksäcke wiegt. Also jetzt sind wir gerade bei Null. Boah. Du hast schon die Wasserflasche noch mal dran. Ah, die machen wir jetzt noch wieder hoch. Und? 18 Kilo. Oh fuck. Ich habe noch trainiert mit maximal 16, aber das hätte mir schon ein Knie zu. Was haben wir da? 16? Ah, schnund. 16,5. Ja, gut. Dann machen wir die dort hoch. Was sehen wir? 14,2. 14,2. Ziii. Alles okay, Paul der Mann. Dort ist jetzt ein Startpunkt am Hafen. Wir laufen jetzt eben die Steilklippe da hoch. Das ist hier ungefähr. Dann passieren wir das kleine Kaff, das Dorf Malheira. Und hinten rum gehen wir dort. Richtung Pass-Hoch-Strauss und dann hier hoch. Das sind jetzt ungefähr 11,5 Kilometer und hier wird dann unser erstes Nachtlager sein. Am zweiten Tag gehen wir hier runter. Und eigentlich war geplant, dass die Levardo alle kommen. Aber wenn wir jetzt noch 25 Pfund sind, laufen hier nie wieder zurück. Dann pennen wir dann irgendwo da. Und am zweiten Tag gehen wir hier hin. Also das ist Paul de Serra, das ist die Hochebene, das ist ein ganz großes Ziel für uns, wo die Windräder stehen. Und von dort ist halt die letzte Etappe über den Norden durch die Gipfel und dann Richtung Seychelles auch an den Hafen. Das hier inne ist ein riesen Canyon, wegen dem eigentlich Durchschlagübungen heißt es hier Straight Align. Aber es kann schon auf Madeira nicht, das ist doch nicht möglich, wegen dem riesen Canyon, da gibt es überhaupt gar keine Wege. Wegen dem hier haben wir halt so einen Bogen laufen. Jetzt schauen wir mal, wenn wir das Stück hier schaffen, das ist als erstes mal das krasseste, weil es halt so viele Höhemeter hat. Das wird, glaube ich, einigermaßen einfach. Aber da ist es halt wieder schwierig, wenn wir richtig krass steil runterabstehen können. Okay, jetzt reden wir nicht mehr lang, Parkett das Sack zusammen und dann geht's los. Also, ich bin schon komplett fertig und am Eimer. Nach 10 Minuten schon das Hemd, das kracht. Ja, da sind wir, als hat gerade hochgelatscht. Sieht man das überhaupt? Da unten ist der Hafen, wo wir angefangen haben, ein Stückchen wieder links. Da oben sieht man schon, dass die Zunde aufgeht. Das heißt, die ist eigentlich schon aufgegangen. Aber jetzt langsam kommt es halt runter in den Canyon. Jetzt sind wir da noch runter. Und dann irgendwo links rum, Richtung Nord, ist, glaube ich, die Höhle, wo der Fritz war. Ich glaube, irgendwo da. Und dann, jetzt wird erstmal was drunken. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin platt. Geil, Mann. Eine Stunde? Wie viel Höhe mehr? Eine Stunde. Schwer zu sagen. Hälfte. Gruß an Martin. Geile Filter. Nach 2,5 Stunden und 500 Höhenmeter kamen wir nun an diesen krassen Sport. Hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber mit 15 bis 18 Kilogramm in den Rucksäcken war das schon ziemlich anstrengend. Zumindest für mich. Jetzt geht es schon genau in den Rucksäcken. steil hoch. Das sieht man wahrscheinlich auf der Kamera nicht, aber es ist so. Ich habe echt zu kämpfen. Das wären scheiß 18 Kilo. Aber öfters anhalten und Landschaft begutachten. Entschädigt auf jeden Fall. Also gut, ich kämpfe immer weiter bergauf. Viecher-Tock. Was für Scheiße. Ja, das ist ein Tunnel. Guck mal, den ganzen Weg haben wir uns hochgekämpft. Bis zum nächsten Mal. 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 weil die Bilder auf Google aufguckst und die Video von Fritz und dann stehst du auf einmal selber peu also ich tenso brutal also Fritzchen falls du das siehst rüuhan gehen raus und dann auch noch was hier das ist ja krass Süüüüüü!! Hier war das mit Öl wie Ölsatien brutal. Die zwei Kameraden sind ein wenig süderwillig. Was geht ab? Ich bin halt auch der alte Sack. Und wie die Pia machen wird. Ich habe so einen Tomato-Hack. Aber es ist auch eh die Zeit. Also im Funchal jetzt 24 Grad. Ich glaube bei uns sind es bestimmt 28 Grad minimum. Und da träge ich es halt noch mal noch mal härter. Wenn wir dann näher am Äquator sind. Da habe ich schon gehört was ich sage. Alles gut. Ich laufe jetzt noch gleich wieder. Nice track. Nice track. Und dann geht es rüber auf die Strasse. Dann machen wir noch mal kurz einen Break. Also bevor sich wieder irgendjemand beschwert. Ich mache keine Videos im Bergauflauf. Ich mache gerade ein Video vom Bergauflauf. Auf der scheiß Kamera sieht es schon wieder so. Es ist so, als ob es gar nichts wäre. Also gar nichts wäre eigentlich. Aber die zwei Video mit Reh. Ich renne mir voll davon. Alter. 18 Kilo. Fuck. Aber geil ist es. So jetzt. Gucken wir mal was wir da oben sehen. Das sieht man vielleicht jetzt nicht aus dem GoPro. Aber. Da habe ich schon. Quasi der Kamm von der Passhochstraße mir hoch gehen. Unsere ist aber irgendwo da rechts. Und der liegt noch klein wenig höher. Also lauf mal die klein wenig weiter. See you later alligator. Warum wiegt mein Rucksack 18 Kilo? Wir laufen die Tour au Tag. Und da ist einiges an Nahrung für drei Tage dabei. Ich habe das Kochequipment für die Gruppe. Bestehend aus Buschbox und Töpfen. Mein Schlafsetup. Bestehend aus Biwaksack, Isomatt und natürlich einem Schlafsack. Ein paar Wechselklamotten für die Nacht. Und dazu kommt noch das ganze Technikzeug. GoPro, Drohne, Ersatzakkus, Powerbanks, Solarpanel. Das allein macht schon 5 Kilo aus. Und das ist jetzt die Scheißstraße. Wo das Survival-Jour einfach mit dem Auto gefug heizt ist. Und das macht der zu Bauch. Der ist dick. Ja. Laufen sie hinter mir. Halleluja. Das war die feste, Entschuldigung, die ich je gehört habe. Ja, whatever. Guck mal, das Ding an. Der Kamm. Da unten ist mehr. Also. Wenn ich gleich wenig mehr trainiert werde, wäre ich vielleicht auch fitter. Zwei Uhr vorher aufgehört mit Rauchen. Wenn ich mal zwei, drei Monate mache. So wie der Piet. Und die Pia rauchen gar nicht. Ähm ja. Aber. Aber. Wenn man gleich wenig mit Zähnen bist. Auf die Zähne beißt. Und kämpft. Dann geht es auch. Also ich bin noch lange nicht am Limit. auch wenn meine Fresse so wie sieht. Aber ich krieg immer bei jedem Scheiß gleich roten Äpfel. Und wie gesagt, da ist es so brutal heiß. Guck das Ding an. So. Aber jetzt bin ich echt ungespannt. Ob uns nicht genau dergige Scheiß passiert. Don't open. Dad inside. So. 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 Also keine Ahnung was jetzt abgeht. Willst du den Weg finden oder nicht. Schauen wir mal. Ich hoffe wir laufen ins Stadium wie Fritz und Martin. Also bis gleich. So. Pause. Zeit für Bergsteigerdöner. Piet hat auch einer. Piet hat auch eins. Zwei. Ganzes Ding voll. Hallo Bäckerei. Mhm. Jetzt langsam fängt es auch an mit zu schmecken. Und es ist alles parat. Naja. Total nicht da so bin. Scheiß Hitzschlaucht. Auf jeden Fall haben wir es geschafft am Deadline vorbeizulaufen. Geil jetzt schon.